Beteiligung hat aufgepasst, Herze macht nochmal das Ding scharf. Balleroberung von Kefkir, ne, spielt weiter, spielt weiter, ich dachte, ich bin vorbei, Engelmann, Parade von Rek, gute Schau. Holt den Ball, Dürholz, Flachschuss, links unten vorbei. Eisfeld mit viel Platz, Plechati, Kleinsorge, Querpass, Eisfeld verpasst um Zentimeter. Und wieder der Ballrichtung, Young, kleiner technischer Fehler, kein Abseits, Young neben 16er, stoppt ab. Und da war sie wieder, die Kombi, Young-Engelmann. Easy Young geht ab, tut so als im ... Raus und Engelmann, kein Abseits, der war nämlich in der enden Hälfte, Engelmann, Simon Engelmann, Simon Engelmann, Lupfer. Aber Rek packt zu, da hat er gerochen. Und ja. Dürholz, Kleinsorge, kein Abseits, aber ist ein schwacher Fuß. Kleinsorge, legt nochmal zurück, Dürholz. Kein Schuss, keine Schussposition. Plechati, kein Abseits. Kleinsorge, Kleinsorge, Plechati, setzt sich durch, Flanke, Eisfeld mit rechts, äh mit links, braucht sein schwacher Fuß. Aber ... zum Freistoß. Spricht für eine Flanke. Alle Feldspieler in der Lippstädter Hälfte. Langer Pfosten. Tor, Tor, Tor! Abseits, abseits. Ah, das würde ich gerne nochmal sehen. Können wir das nochmal haben? Da greift Rek ins Leere bei dem Ball von Eisfeld. Der wollte ihn eigentlich in die Mitte bringen. Und dann ist es abseits. Ah, jetzt geht der Schiedsrichter zu seinem Assistenten. Jetzt bin ich gespannt. Der Schiedsrichter geht zu seinem Assistenten. Ich bin gespannt, was die beiden zu besprechen haben. Da sehen wir es nochmal. In der Mitte hebt einer und ist abseits auf. Das Tart zählt! Das Tart zählt! Thomas Eisfeld, er zählt das 2 zu 0! Oh, einer zum Fliegen. Gold zwar dran. Wichtiges Ding. Distanzschuss da, fabiosen Treffer. Da muss man nochmal nachhören, ob es ein Eigentor war oder von Eisfeld. Mit 2 zu 0. Und die Holz, ein bisschen glücklich, bleibt ein Ballbesitz. Ball rausgespielt, wieder zu Young. Das sehen, da hatten wir schon mal Young. Diesmal in die Mitte, wieder nach außen, der Schlenker. Versucht es nochmal. Zu ungenau. Man sollte auch nicht an Schönheit sterben. Jetzt vielleicht Engelmann. Kleinsorge. Jetzt seitwächs auf die andere Seite. Kleinsorge setzt sich durch. Kleinsorge. Kippt den Ball in die Mitte. TOR! 3 zu 0! Kaum sage ich es. Kaum spreche ich über die Torchancen. Sehen wir hier den dritten Treffer für unsere Mannschaft. Kein Abseits. Plechati mit Platz. Mit dem Ball in die Mitte. Querschläger. Kevkir. Kevkir, komm! Schließt ab. Und Reck zur nächsten Ecke. Hochgespielt. Eisfeld. Dürholz. Reck. Beides noch drin. Janjic verlängert. Heiduk. Mit dem Schuss. Auch da fehlt es nicht viel. Gefällt mir gut. Kaiser. Kaiser. Mit mehrer Optionen. Haarenbrock, Haarenbrock, Haarenbrock. Vorbei. Vorbei. Erfreude. Und es Tor! Felix Herzenbach steht goldrichtig. und verebelt meinen Tipp. Wollte ich nur mal hier klarstellen. 4 zu 0. In der Schlussminute. Haarenbrock. Auf Heiduk. Heiduk. Auf Janjic. Janjic. Den muss er machen. Den muss er aber machen. Ein Mann vom Kalibern. Slatko Janjic. Muss.